Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, keine Macht in Algen, einzunehmen bei Gefeiter Poolabt. In Vashir tankt Harwald an dieser Stelle, allerdings in einer Höhle drin. Eingang ist hier. Vor Quest war Welle der Zerstörung. Nun geht es hinaus, man kann hier drin auch schon aufmaunten. Allerdings aufpassen, damit ihm nicht aus Versehen springt, sonst wird er direkt wieder abgemountet. So, wir brauchen diese Mobs hier am Boden. Und diese können Schlängel-Gwas-Sproslinge droppen. Okay, mal schauen. Und ein Quest-Item von zwei Mobs. Da ist schon mal keine hundertprozentige Tropfons. Schaut mal hier, das ist das Quest-Gebiet. Und diese Wächter scheinen auch Quest-Items zu haben. Schaut es mit dir aus. Ich will nur sehen, ob die Mobs hier auch Quest-Items haben. Ja, haben es. Also, alle Mobs anscheinend in diesem Gebiet, Entschuldigung, haben diese Quest-Items. Ich werde jetzt eine kurze Unterwechung machen, denn es ist ja immer wieder dasselbe. Mob töten, Mob pullen, Mob looten. In einer weiteren Folge. Und ich melde mich wieder bei euch, wenn ich alle Quest-Items zusammen habe. Das dauert ja wohl noch ein bisschen anscheinend. Bis gleich. Ich habe alle Items zusammen. Nun darf man hier wieder in diese Höhle hineinschwimmen. Und hier ist die Quest abzugeben bei Gefeiter Polart In Vashir, Dank Harwald. An dieser Stelle in dieser Höhle. Hat ein bisschen gedauert, aber es ging. Ich war auch der Einzige, der hier gequestet hat. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.